Ich bin ein Milan, sagt mein Bruder. Wir sitzen mit dem Rücken an der Hausmauer, schieben unsere Körper dicht zusammen, wenden die Köpfe einander zu, sodass sich unsere Gesichter beinahe berühren und die Luft warm wird, wo wir den Atem wechseln. Unsere Lippen sind weiß vom Kalk, den wir zwischen unseren Fingern reiben, unsere Zungen sind weiß, unsere Münder eine Grube. Mein Bruder löst seine Hand von meiner und fährt mir durchs Haar. Du bist eine zweizüngige Natter, sagt er zu mir, dabei sieht er mich an, auch im Mondlicht sind seine Augen grün. Mein Bruder ist am liebsten ein gefährliches Tier, du bist ein Bussard, sage ich zu ihm und er nickt zufrieden. Sein Gesicht ganz nah dem Meinen. Sein Atem, warm und rund, riecht nach der Milch, die er jeden Morgen trinkt. Unsere blassen Köpfe leuchten in der Dunkelheit. Irgendwann wird uns ein Pelz wachsen, sagt mein Bruder, auf unseren Rücken, den nackten Armen, überall und dann, sagt er, werden wir unkenntlich. Aber in Wirklichkeit fliegen wir als Raubvögel auf und davon. 74 Kinderschritte, ein Kind an der Hand seiner Mutter. Ich laufe mit meiner Mutter die Straße entlang, diese immer gleichen Anfänge aus dem Nichts. Attacken, nennt es mein Vater. Eure Mutter hat wieder eine dieser Attacken, plötzlich und unerwartet und nicht aufzuhalten, wie eine Naturgewalt, etwas, die man sich ergeben muss. Feigling, sagt unsere Mutter, euer Vater ist ein gottverdammter Feigling. Sie setzt ihren Hut auf, der auf ihrem Kopf kleiner zu werden scheint, ganz so, als trüge sie ein Nest auf ihrem dichten Haar. Ihre Bluse ist lachsrosa und leuchtet. Mein Vater kann unsere leuchtende Mutter nicht ansehen, eine Bluse für Verrückte. Sie nimmt meinen Bruder an die eine und mich an die andere Hand. Meine Mutter läuft mit uns die Dorfstraße entlang. Wenn wir am Ende der Straße angekommen sind, drehen wir uns um und laufen wieder zurück. Sie geht mit sehr geradem Rücken. Schatten fallen vor uns auf den Weg, ein kleiner und ein langer daneben. Wie Gespenster, sagt mein Bruder. Die Leute gucken aus dem Fenster oder bleiben neben uns stehen und schütteln die Köpfe über meine Mutter, die in dieser Bluse die Dorfstraße hinunterläuft, ohne zu grüßen, ohne jemanden anzusehen. Aber meine Mutter interessiert sich nicht dafür.